Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Fun-Duells. Beim Flunky Ball war wenig überraschend das Team Fun-Reisen die dominierende Kraft. Jetzt sollten aber unsere E-Sports-Profis auf ihrem Spezialgebiet eigentlich glänzen können. Zunächst einmal wollen wir trotzdem über die vergangene Partie sprechen. Heisen, beim Flunky Ball lief nicht so richtig für euch. Wie würdest du das erklären, die klare Niederlage? Wie du schon sagst, ganz, ganz bitter. Wir haben das jetzt in der Videoanalyse gemacht und wir bereiten uns jetzt für das zweite Spiel vor. Wir werden Quinten jetzt, ist ja Gott sei Dank besser in FIFA als in Flunky Ball. Deswegen sehe ich die positive und wir werden auf jeden Fall jetzt die Punkte nach Hamburg holen. Lisa, ihr habt überzeugt beim Flunky Ball. Jetzt ist das für euch natürlich so ein bisschen eine fremde Disziplin. Wie geht ihr hier ran an der Konsole? Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen den Erfolg und die Motivation aus der ersten Runde mit und haben nichts zu verlieren. Wir gehen mit viel Motivation in die zweite Runde. Das sagen immer die Verlierer. Das ist doch eine gute Ansage. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir gleich direkt rein. Übrigens natürlich mit Special-Regeln. Wir spielen im 2 gegen 2. Die beiden Spieler an der Konsole werden allerdings mit verbundenen Augen spielen. Der jeweils Dritte wird dann als Coach dienen und wird den Spielern erklären, wie sie ihre virtuellen Spieler zu bewegen haben. Also starten wir rein. Wo ist der Blu? Blu, du bist Blu. Du hast einen Abstoß. Er hat einen Abstoß. Wir nehmen Blu auf der rechten Seite. Wir sind von rechts an. Wir sind von links an. Wir sind von links an. Ihr habt es. Ihr habt es. Crossed, crossed. Head up! Oh! Kai ist weg damit. Das ist okay mit 1. Okay. Yannick, lauf. Zweikampf, lauf. Schießt, schießt, schießt. Nice. Okay, Abstoß für uns. Alles gut. Oder 3. Marcel, 3. Schießt, schießt, schießt! Schießt, schießt! Schießt, schießt! Schießt, schießt, schießt! Schießt! Schießt, schießt! Schießt, schießt! Schießt, schießt! Bitte keinen Entwurf. Fricke, fricke, fricke. Alles gut, alles gut. Ich glaube, man. Also, Fabou, Marcel, Dain ist in halbzeit. Halbzeit. Man, es ist so schwer, das ist nicht leicht. Das ist nicht einfach. Trotzdem haben wir einen Ball besitzt, Leute. Das ist gut. Okay, wir haben die Ball. L1, 2-Kampf, 2-Kampf. Knäht zu der Box, close to the Box. L1, 2-Kampf. Ja, x-Häler. So, okay. Marcel drückt noch ungefähr ... Ungefähr zwei Drittel Kreis. Drückt Kreis, aber nicht komplett durch. Ja, alles Gutes. Wir haben jetzt einen Wurf. Du kannst Deutsch sprechen, aber nicht die Worte. Ich weiß es nicht. Kein Abschluss oder was. Ich weiß es nicht. Okay, Lisa, du hast einen Wurf. Halt mal den Controller nach dem Link. Ein Wurf für die Gator. Und jetzt X. Rot, rot. Ja, perfekt. Router Ball. Router Ball. Pass. L1. Okay, Box. Left, left, left. Schuss. Schuss. No Schuss, man. Ja, gut. Lisa, ruhig, ruhig. Warte mal. Lisa, den Controller mal leicht nach links oben halten. Okay, weiter nach rechts. Noch ein Stück nach rechts. Stopp. Jetzt gedrückt X. Ganz lange. Ja, gut. Okay, go, go. Anstoß, Anstoß. Okay, go. Blue has the ball. Just run, 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 run. Run, run, run. And you cross, okay? You cross up your... Now, cross. And up. Nein. Ja. Ja. Ja, du bist wieder. Yes, Hedda. Mit Lodogger. What? Oh, was? 82 Minuten. I don't see anything. Ben, it was the best cross in the world. Okay, Zeitspiel, Zeitspiel, Zeitspiel. Kick off, kick off, kick off. Kick off, kick off. Blue has the ball, Blue has the ball. Run, run, just run, just run, just run. Just run, just run, just run, shoot. Come on. No, too much power. Oh, oh. Ohhhh. Okay, das ist der Abschluss. Was war der eigentlich? Was war der eigentlich der Boss? Der war in der Pedal-Ding-Spot. Oh, was? Yes. Was macht ihr da? Zyklusstrichung? Okay, das ist der Ball. Red hat's der Ball. Musst du nach links oben gehen? Test, nach links oben gehen. Okay, okay, run. Run, left side, run, left side. Okay, mach's der Ball. Und dann ist der letzte Ball. Over. We won! Wow. Niklas, das passt nicht, oder? Digga, das passt eigentlich. Die ganze Regen, das… Dann waren wir gar nicht so schlecht. Look at how we go. Ja. Oder? Opa, ist so an. Prost, Prost! Prost, Prost, Prost! Ja, ich bin das. Ja, die Vorlage verwandelt. Ja. Vielen Dank.